Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Godic 2, die Nacht des Rabben. Wir sind hier in den Hallen von Irdorath, wo Belia mit seinen Schergen zu Hause ist. Wir räumen hier gerade ein bisschen auf. Alter Schwede, wie viele Gänge gibt's denn hier bitte? Wo zum Teufel sind wir denn hier? Alter, schreck mich nicht, du blöde, echt. Verreckt doch, blödes Viech. Ich hab keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich weiß nicht. Es ist halt alles so schön. Was ist das? War da gerade ein Schalter? Stand da gerade was? Nö. Hab's mir, glaube ich, gerade eingebildet. Ja, wir schauen, wir erkunden hier ein bisschen die Gegend. Mit ein, zwei Herzinfarkten, die gehören dazu. Wie gesagt, ich hab jetzt gerade keine Ahnung, ob wir jetzt auf dem Weiterweg sind. Sobald ich einen Drachen sehe, drehe ich mal um. Werd' das dann auch schneiden und fang auf der anderen Seite wieder an. Hallo! Hallo! Mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet. Mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet. Das kann sein, ja. Schön. Ein beklemmertes Gefühl. Wir sind schon so weit. Und aus ist mit dir, Kackviech. Typie halt. Das heißt, wir müssen hier noch raufschauen. Ach so, von da sind wir... Boah, ich bin total verwirrt, ne? Dann da drüben. Ja, komm da her. Ah, Schamanen-Trottel. Ich dreh mal kurz um. So. Katschanka. Jawohl, der erste Ork ist hin. Der zweite ist auch gleich erledigt. Jetzt fällt nur mehr der blöde Dreckschamane. Aua. Komm her. Katschanka. Fast erledigt. Da drin wird, denke ich, der nächste suchende Watschka sein. Ist ja schlimm, ey. Da die Orientierung nicht zu verlieren, das ist halt echt viel. So. So, das sind halt modernere Spiele. Gar nicht mal so schlecht, ne? Könnte ich dir das Schwert wegnehmen? Tatsächlich Sturmbringer. Ja, eine frische Luft wird dem Ort hier sicher nicht schaden. Ha, ha. Ja. He, he, he. Ja. Nein, aber, Klauibelia, passt mir schon. Da kommt sie ja, der nächste. Nicht? Ich bin jetzt enttäuscht. Bin jetzt gerade echt enttäuscht. Dann ist da sonst nichts mehr, ne? Wie stark ist denn so ein Sturmbringer eigentlich? Wahrscheinlich der stärkste vom stärksten. Nein, doch nicht. Schau mal, der Erztrachentöter, ne? Der wäre halt auch nicht schlecht. Sturmbringer. Ja, alles Zweihänder, ne? Hm. Halt, was ist da? Da ist nichts zu tun. Die orkischen Waffen. Gut, da sind wir dann auch soweit. Dann würde ich vorschlagen. Von hier sind wir ja gekommen, ne? In jeder Ecke gibt es eben einmal runter, ne? Das heißt, ich werde mal hier probieren. Ach so. Jawohl, doch. Was ist denn das? Aha, Zahnräder. Aha. Okay. Und jetzt was? Ja, tatsächlich. Ah. Aha. 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 Und da drüben. Hier also. Dasselbe sein, ne? Ja. Hier ist dasselbe. Bitteschön. Fein. Das haben wir jetzt mal hingeferkelt. Ich muss, glaube ich, echt nochmal ganz zurück, ne? Da oben war ich jetzt oben schon überall. Ja. Und jammern darum, ne? Wieder mal. Pass. Dreimal besiegt. Wir brauchen Licht. Das geht schon wieder nicht, ne? Licht. So, dreimal Zombies. Da hinten steht noch so ein Kerl. Das ist, glaube ich, auch schon der letzte. Boah, das ist so groß hier, ne? Na komm. Passt. Ja. Schrei du nur. Der hat sonst nichts. Zombies haben nie was gehabt. Loot mäßig. Warum brennt hier die Fackel nicht? Du bist kein geheimer Schalter, oder? Ich züge lieber mal die Waffe. Wow. Aha. Jo, okay. Äh, warte mal. Jetzt muss ich mir kurz kratzen, ne? Ja, geh sterben. Warte, was ist hier jetzt? Aha. Wieder aufgehängt. Alles klar. Ja, wir hören uns gleich wieder. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder in dem Raum, wo die Zombies sind. Ich hab, äh, auch die Dore brav aktiviert. Gesterben ist, wie ich. Passt. Ähm, hab auch alles brav eingesammelt wieder, was wir schon mal hatten. Ja. Ja. Ähm. Und waren, glaube ich, dabei, hier in diesen Raum reinzugehen. So, ja. Äh, lalalalalala. Genau. Hier waren die ganzen Goblins. Hoffentlich können wir die jetzt schneller plätten. Damit wir nicht einen Bug nochmal auslösen. So, ja. Schön. Alle? Ich glaub, das waren alle. Fein. Gehen wir mal schön aufheben. So. So. Aha, da sind noch mehr. Äh, warum kommt da jetzt noch wieder welche? Ist das ein Magier oder so? Irgendwas versteckt sein tut hier ja irgendwie nicht, ne? Ah, Schalter. Ist das so jetzt richtig? Ich hoff's halt mal. So. Da ist nichts zu holen. So. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Schwerer Ast. Es scheint richtig zu sein. Nichts zu holen. Okay, dann gehen wir wieder, ne? Dann haben wir die Seite quasi geschafft. Dann ist noch die andere Seite. Wo es auch so rauf geht. Dann schauen wir uns dort um. Was wir da noch machen müssen. Schrägstrich sollen. Äh, wo geht's da jetzt rauf? Da. Von der Säule leicht versteckt. Ich werde mich... Oh, wir brauchen wieder Licht. Hallihop. Auch heilen wäre nicht schlecht. Ja, schön runter damit. Der Rest ist wieder gegessen. So, ist gut. Na, Servus, ne? Das ist wieder ein großer Tempel. Aber das soll uns nicht stören. Wir haben ja Zeit. So. Das Böse läuft uns nicht davon. Der wartet geduldig, bis wir ihn nämlich den Arsch versorgen. Ja. Das macht er tatsächlich. Äh. Hier sind 12.000 Fackeln. Hat das was zu bedeuten? Bedeuten. Bedeuten. Ja. Nein. Bedeuten nicht, aber... Wäh. Komm da her. Passt erst das hin. Und der zweite ist hin. Perfekt. Schön. Luti, Luti. Luti, Luti. Und weiter geht's. Aha. Da haben wir wieder eine Falle. Zumindest wirkt sie danach. So. Wer spawnt hier? Ja, ja. Natürlich. Ladeback. So hab ich's am Nischen. Aha. Diese Deppen. Na, großartig. Kachanga. Na los. Kachanga. 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 Ähm. Das ist irgendwie dumm, da zu kämpfen, ne? Wenn ich da einer ab... Naja, bitte. Einer ist schon mal abgenüppelt. Ja, du bist auch nicht fällig. Fast. Erledigt. Uha. Schnell den Schalter drücken. Der müsste hier irgendwo sein. Jawohl. Hui. Die brauchen wir kein zweites Mal. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt richtig war. Jetzt ist halt die Frage, ob es hier andere Schalter gibt. Das hätte ich auch schauen können. Ich drodl, ne? Halt, was ist das? Nichts zu wollen. Schattenkrieger. Ja, siehe, gibt's mehrere Schalter. Tja. Musst alle drücken, oder was? Ja, natürlich. Musst alle drücken. Ha, ha, ha. Scheibenkleister. Naja, dann fahren wir mal hier runter, ne? Und schauen wir uns das mal an. Ah, verstehe. Super. Zocki, das hast du wieder fein gemacht. Fein hast du es gemacht. Hättest du nicht früher drauf kommen können, dass du noch die anderen Schalter betätigen musst? Du schlaues Medi, du. Ja. Uah. Na, servus, ne? Achso, das sind nur Orks. Nein, da ist auch ein Schatten-Dings dabei. Bahet. Macht mal die... Macht ja bitte die Orks platz. Stirb einfach weg. Du mit den Gefallen. Stirb weg. Geht ja. Alter Schwede. Sowas, ne? Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Na, wo ist da? Da. Jö. Und wir sind schon wieder hergerichtet, ne? Bei Gott sei Dank haben wir so einen Haufen Tränke gekauft. Aber ich müsste mal die kleineren wegtrinken. Die großen ein bisschen sparen. So, wieder ein bisschen was essen. So, passt. Das können wir wieder speichern. So. Perfekt. Ähm. Da geht's raus. Irgendwie. Nein, andere Seite. Tja. Ja, schön. Hier geht's raus. Und nochmal andere Seite rauf. Ich glaub, die war hier. Ja. Da hab ich Trottel nämlich vergessen, schön sauber die anderen Schalter zu betätigen. Weil ich ein Profi bin. Ja. Na, warte. Den hab ich gemacht. Dann du. Na. Was ist das für ein komischer Rauch? Aha. Gift. Legt sich das wieder? Oder hab ich jetzt einen Scheiß gemacht? Legt sich wieder scheinbar. Dann halt du zuerst. Und dann du. Oder wie? Und jetzt? Du oder was? Ja. Nein. Falsch. Also zuerst Mitte, dann links und dann rechts. Ja, freilich kann man ja auf die Grosch. Wow. Raus da. Boah, ey. Also Mitte, dann links, dann rechts, ne? Da müsste es passen. So ein Kacknebel. Hoffe ich halt, dass es dann passt. Kann man schon wieder trinken, ne? So, das muss reichen. Also, gerade. Dann links, dann rechts. So. Du zuerst. Hoffe mal, dass es stimmt, ne? Dann du. Und dann du da drüben. Nein, stimmt nicht. War ich jetzt beim Falschen? Nein. Wieso haben wir jetzt rauskriegen, was da stimmt? Das dauert jetzt wieder, ne? Ich denke mal, das ist dann wieder sowas, dass man schneiden könnte, ne? Hm. Ja. Hm. Ja, weil der Part ist eh zu Ende, ne? Dann würde ich sagen, ich voliere da noch ein bisschen rum. Und startet den Part dann, wenn ich das Rätsel, des Rätsels Lösung rausbekommen habe. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, oder? Warte mal, sind wir zu früh? Ich glaube, wir sind zu früh. Wir sind zu früh, Entschuldigung. Ein kleines bisschen haben wir noch. Ich probiere es noch einmal. Wartet, das geht sich aus. Einmal geht noch. Äh. Ja, können wir Licht machen. Ein bisschen mache ich noch. Es wurscht mir noch ein bisschen Überlänge, es ist ja gleich. Also dann Mitte. Rechts, links. Immer so. Und da drüben. Ja, das stimmt. Sehr schön. Hat sich ausgezahlt noch, denn ein Versuch. Fein, 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 fein. Aber das mit Gas ist auch nett, nicht? So. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und weiter geht's. Aha, da wird gleich wieder eine Falle wahrscheinlich sein. Ja, ja. Ist es soweit. Mit einem Magier ist logisch. Komm her. Willst du mich etwa treffen, du Sau? Komm her, du Dreckskelett. Ich muss da mal rüber. So, aus ist mit dir. Du Arschkratzer. Fein, fein, fein. Was habt ihr da noch liegen? Außer ein paar Knochen. Und euer Schwert. So. Na, gib her. Passt. Fertig. Können wir weiter hatschen. Fein, 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 fein. Wir haben da jetzt zwei. Ich denke mal, dass wir die jetzt betätigen müssen. Ich hab übrigens keinen Raum vergessen. Das passt schon so. Okay. Und dann du halt, ne? Äh, Schalter. Zu weit entfernt. Ja, dann nehmt doch irgendwie den Schalter bitte ins Visier. Hallo? Jetzt an. Und jetzt? Hat sich was gebracht? Hat sich was getan? Ist das jetzt eine Tür oder so? Ich hab keine Ahnung. War das jetzt so richtig? Ich hab überhaupt keinen Plan. Ob's hier jetzt weitergeht oder... Ah, unten wahrscheinlich, ne? Da haben wir was aufgemacht. Da haben wir ja links und rechts was aufgemacht. Da wird's weitergehen. So schaut's aus. Da. Darüber. Und da gerade aus. Warte mal. Sollten die nicht offen sein? Sollten die nicht offen sein? Herrschaftszeiten? Prima, sag nochmal. So. Muss ich mich scheinbar beeilen? Das hat scheinbar nur begrenzt Zeit. Ich hoffe, dass es wirklich... Der da unten ist. Das machen wir noch schnell. Dann tun wir aufhören. Ich glaub nämlich, ich hab ein bisschen... Ich hätte jetzt fast den Part zu kurz gemacht. Glaube ich. Oder ich hab doch... Richtig mitgedacht. Das hätte doch gepasst. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ja, Bläu... Äh, Kachanga. Komm, Kachanga. Jawohl. Und nochmal. Ja. Du auch. Ja, gern. Bitte schön. Da schreien sie wieder. Was ist das jetzt schon wieder? Aha. Wieder... Drei Schalter vielleicht? Oder nur einer? Dann wär's die Mitte, ne? Da. Ja. So. Das wär ja ganz einfach. So viel zu ganz einfach. Alter. Geh sterben. Ah, da sind noch die anderen Schalter. Alles klar. Du bist weg. Du bist auch weg. Da sind die anderen Schalter. Dann schauen wir mal. Drück hier. Und da drüben drück ich. Ja. Hat hingehauen. Super. Super. So schön langsam kommen wir dahinter, was das Ganze hier soll, ne? Ka-ching. Perfekt. Juhu. Und somit, diesmal jetzt aber wirklich, werde ich jetzt den Part beenden. Ich glaub, das müsste jetzt passen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.